Am feiern wir in der Arena! Zehn Jahre ist es hier, dass wir mit Chuck Berry in der Arena waren. Wir feiern hier alle großen Feiern immer. Auch in Leipzig in der Arena. Unser 25-jähriges Quotstagsjubiläum kommt hin am... Es hat es kurz bestehen, am 2.11. Arena. 2. November Arena, das haben wir extra so angelegt, das genau zu den ersten und dritten, das könnt ihr gar nicht mal wählen. Und wir machen dort eine Jubiläums-Sondershow mit Orchester. Ist also eingeladen, 25 Jahre Feier wird. Wir laden euch sogar noch zu was anderem ein, nämlich zu unserem Festival. Wenn es euch jetzt gerade hier so gefällt unter freiem Himmel und Rock'n'Roll-Musik, dann könnt ihr nächste Woche mal ins Schloss Trebsen kommen. Das ist gleich bei Grimma. Da machen wir wieder das Firebirds-Festival mit. Über 100 Musikern, auch zwei Bühnen in drei Tagen. Es gibt Dance-Workshops, es gibt Workshops für Styling, es gibt alte Autos, Modenschauen, alles was das Herz begehrt. Also wer Lust hat, mal vorbeizuschauen, seid ihr recht herzlich eingeladen. Herrliches Ambient dort im Schloss Trebsen. Im Firebirds-Festival 30. Juni bis 2. Juli. Wir hatten schon viele tolle Künstler zu Gast, wie auch den folgenden Musiker aus England. Und der spendiert uns jetzt mal einen ganz relaxten Song zu diesem Sonntagnachmittag. Da kann man mal die ein oder andere Bier-Scholle dazu trinken. Ganz entspannt. Kreise der Familie zu Carina Gentanto.